Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laren, schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal die Belohnungen vom Drachenrennen-Cup in der Scherbenwelt angucken, also den Scherbenwelt-Pokal, und dazu wollen wir uns im Speziellen ein Manuskript anschauen, und zwar Manuskript der endlosen Möglichkeiten, wie das funktioniert und was man da so machen kann. Wir haben nämlich während des Events hier, also dem Scherbenwelt-Pokal, der jetzt zwei Wochen läuft, die Möglichkeit in Waldracken, ich zeige es euch mal, bei dem Händler auf den Koordinaten 27, 47, ein paar Sachen zu kaufen. Und zwar haben wir da wieder gegen die Währung Abzeichenreiter von Azeroth eine ganz große Auswahl an Items. Wir haben erstmal einen Haufen Gear-Items, können uns das mal angucken, das ist einmal ein komplettes Set, das wir so ähnlich schon mal kennen in einer anderen Farbvariante, von den anderen Drachenreit-Cups, und dann dieses Manuskript. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal alles. Dieses Mal ist es tatsächlich so, wenn ihr alle 13 Rennen in allen Schwierigkeitsgraden auf Gold macht, habt ihr auf jeden Fall genug Marken, um euch alles kaufen zu können, ne? Und hab dann sogar noch für den nächsten ein bisschen was über, ich hab jetzt sogar noch 50 über, denn es gibt hier bei dem Kollegen auch eine Quest, wo wir dementsprechend 80 Mark bekommen, was schon nicht schlecht ist, heißt, wenn ihr jedes Rennen einmal fliegt, bekommt ihr bei dem 80 Bonus-Marken, und für jedes Rennen auf Gold bekommt ihr, glaube ich, drei, die ihr abschließt, beziehungsweise zumindest, wenn ihr es das erste Mal abschließt. So, wir haben uns jetzt erstmal das Set gekauft, muss ich mal gucken, sind die Sachen noch drin bei ihm? Ne, seht ihr, die sind da nicht mehr verfügbar, und das Manuskript lernen wir jetzt mal, und zwar macht es, dass wir mit unserem Drachen jedes Mal eine andere Form annehmen. Und jetzt ist wichtig zum Anmerken, das hier ist quasi eine Fähigkeit, die ihr einsetzen müsst, seht ihr das? Jedes Mal, wenn ihr auf eine Anpassung, anpassbaren Reitdrachen aufsteigt, wer die Anpassung zufällig festgelegt. Also wenn ich jetzt normal auf einen Drachen aufsteige, seht ihr, ist es immer der, den ich vorher festgelegt habe, also das ist immer gleich. Wenn ich diese Extra-Fähigkeit aktiviere, ich hab mir die jetzt mal hier in die Leiste gezogen, oder wir können die jetzt mal hinterher hinziehen, und die aktivieren wir jetzt einmal, und ich steige auf, seht ihr, da habe ich jetzt einen anderen Drachen. Ich steige wieder auf, habe ich wieder einen anderen. Das ändert sich leider nicht zwischen den Drachen, drei Drachen hin und her, sondern ich habe immer den Hochlanddrachen jetzt hier, und da immer eine andere Gestaltung. Ich kann das auch mit den anderen jetzt machen, zum Beispiel, wenn ich den hier aufsteige, der müsste jetzt auch immer anders sein, jetzt gucken wir mal. Ihr seht, jetzt habe ich einen blauen, gut, der ist nochmal blau, wahrscheinlich mit ein bisschen anderen, wieder rot, gelben, und das klappt halt eigentlich mit allen, die man irgendwie anpassen kann. Ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt nochmal draufdrücken, ist es wieder deaktiviert. Heißt, wenn ich meinen normalen Drachen aktiviere, ist jetzt immer wieder der gleiche. Soweit ich das nachgelesen habe, ist es nicht Battle.net-Account gebunden. Bedeutet, ihr müsstet dieses Ding, wenn ihr es auf anderen Twings auch haben wollt, mit jedem Jar holen, und das kostet halt immer 40 Marken. Ist ein bisschen schade, ich hoffe, Blizzard ändert das noch, vielleicht patchen sie das nach, wäre auf jeden Fall eine schicke Angelegenheit. Und ja, das ist es eigentlich. Wenn ihr jetzt dann noch Marken überhabt, könnt ihr es fürs nächste Event sparen, da kommt ja noch ein bisschen was. Beziehungsweise, ihr könnt natürlich auch Rufesignen kaufen, aber 50 Ruf bei Volt Racken ist jetzt nicht sonderlich toll. Da würde ich euch raten, wartet lieber aufs nächste Event. Und es kommt ja dann bald der nächste Cup, und zwar hier der Nordend Cup im April. Und vielleicht können wir da auch wieder das ein oder andere tolle Item kaufen. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Video. Mehr gibt es nicht, außer Set und quasi dieses schicke Item, wo wir die Gestalten hin und her switchen können. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Habt mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.